Freund und Seelenpartner von Lycan, aus dem flammenden Abgrund beschwöre ich dich, Ratzakel! Warum habt ihr mich von Tartarus hergesprochen, ihr Wissen? Was soll das? Wer seid ihr? Wenn ich schon hier in Röveland bin, kann ich auch dem alten Barmer-Bus einen Besuch abstatten. Ich werde Ihnen zeigen, was passiert, wenn man sich den Kriegsverwalt und die in uns rausreit und mit mir zurückgeht. Ich glaube nicht, dass diese kleine Liste es euch einfacher machen wird. Ich habe sie in Röveland zu tun. Hey, ich kann nicht! Hechtlich! Ah! Er kämpft wohl bei dir. So gut für meinen Geschmack. Aber ich habe gar nicht vorzustellen. Und leiden ebenso wenig, denke ich. Es wird nicht erst besser zu ihm bringen. Ich glaube, das bin ich ihm schuldig. Tausend Seuchen und tausend Flüche sollen diesen feigen Dämon bis in alle Ewigkeit plagen. Das wird kein einfacher Kampf. Aber ich habe noch einige Tricks auf Lager. Was wollt ihr, dass ich mache? Wird gemacht! Und nun wollen wir loslegen! Wird gemacht! Vielen Dank.